Wenn wir schon vom guten und leistbaren Leben reden, dann muss man heute leider auch über die aktuelle Teuerung reden. Es ist so hoch wie schon 30 Jahre nicht mehr. Die Teuerung beim Strom, beim Heizen, bei den Lebensmitteln, beim Tanken, bei den Mieten, alles ist teurer geworden und vieles, vor allem die Lebensmittel, werden noch mehr steigen in den nächsten Wochen und Monaten. Kann die Regierung etwas dafür? Nicht unbedingt. Könnte sie gegensteuern? Ja, jedenfalls. Sie tut es aber nicht. Was sie tut, das haben die vergangenen Jahre eigentlich gezeigt. Steuererleichterungen für ausgewählte, nahestehende, befreundete Millionäre.